Herzlich Willkommen zurück zu Rocket, ich habe versagt den Start Liagoia mit Rapi Mit Rapi? Ja Ah, da ist er Da ist er Da ist er Hat er sich versteckt Da muss ich erst mal mit meinem Samtato-Auto zurechtkommen Ups Sorry, excuse me Ups Wow Wow Okay Loll Jetzt wird es einfach krug gekommen, wenn du willst so einen Pferdenschuss raus haust, das da reingeht Ja Da gibt es immer noch das gleiche Problem wie immer Ich bin immer noch ich Das ist nicht gut Oh sorry Rapi Das ist ein Blödsinn. Den hättest du locker rein gemacht, wär ich nicht da gewesen. Du hast mich nicht mehr berührt oder der Ball so mit... Blödsinn. Nein, ich hab keinen Blödsinn. Blödsinn? Ja. Blödsinn? Oh Gott. Das halte ich auch für Blödsinn. Ha! Ich glaub die Mucke, was gerade im Hintergrund läuft, das ist übrigens... Mellow mit Kaliber. Blödsinn ist unten natürlich auch wieder verlinkt in der Beschreibung. Das pack ich, glaub ich, sogar in meine private Blödsinn. Der ist gut. Ähm... Hab ich nicht. Ne. So. Ich hatte kein Nitro einfach. Du fährst. Ja. Wow. Nice. Nice, Rappi. Duf. Ja. Mann! Wow, wieder so knapp. Oh nein. Nice. Ah, hat er. Nice. Ein bisschen Vorlagen. Nein, die hatten wir gestern schon. Das war das beste Tor. Keine Vorlage. Wow! Ja, stimmt, ja. Wäre ja zu lucky, wenn der jetzt reingegangen wäre. Aber hey, unsere... Das wäre auch ziemlich lucky gewesen. Sag hier. Rappi, wenigstens können wir sagen... I like next time. Unsere Tor sind immer zu 90% still approved. Stiller? Skill approved. Nein! Ich habe auch den berührt. Fuck you. Spiel. Nein, das ist nur Rocket League. Apropos... Ja, fliege ich einmal und was ist? Ja, gleich. Einmal. Als würdest du das erste Mal fliegen, Rappi. Aber beim Tor schon, da fliege ich nicht häufig. Oh, danke. Sorry. Nein! Ah! Nein! Vergangen! Na ja, so schön war das jetzt auch nicht. Der ist nicht mit Tor, also. Und wir gewinnen! Noch. Oh Gott. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich habe nichts gesagt von noch. Hör auf, Ball! Hallo! Tor? Bitte, Rappi! Hiii! Abgehoben! Ich habe es jetzt in die Kommentare. Und bis gleich zur nächsten Folge. Willkommen zu einer wunderbaren Folge von Rocket League Ergo mit Rappi. Hi. 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 Auf der besten Map Sternebasis Arc, die es bald nicht mehr gibt, weil Rocket League scheiße ist. Das müssen wir einfach machen. Das müssen wir einfach machen. Ja, Game tut jetzt die noch. Man sieht es jetzt noch anders. Aber ich sehe. Und ne... Scheiße. Und nein, das ist Sternebasis Arc. Die andere Form ist die langweilige Form. Nice. Rappi? Rappi? Guck mal auf die Zeit. 4, 4, 4. Du hast gerne zur Teufelszahlen. Auch wenn das jetzt nicht mit dir... Ja, in der Teufelszahlen. Auch wenn das nicht direkt mit dem Teufel zu tun hat. Du hast noch eine Schnappzahl. Oh nein. Dann bin ich von der Schnapstrasse. Eikohol. Hm, Bier. Typisch österreichische Schnapsen. Konnte ich mal, kann ich nicht mehr. Habe ja auch lange nicht mehr gespielt. Dafür kann ich Schach. Ich kann sogar Schach mit einem Brett. Oh Gott. Ich kann Zwergenschach. Ja. Sag ich ja. Schach mit einem Brett. Naja, beim Schach brauchen wir noch ein Brett. So ist das ja nicht. Ja, ein Holzbrett. Ganz klar. Wow. Danke, Glück. Ich erwischt diesen scheiß Ball nicht mehr. Ich bin scheiße. Grüße gehen raus an Gott. Ich hasse dich. So. Also nicht die Krapi. Ich hoffe, dass du wieder in den falschen Schnapsdrosselhals bekommst. Tschang ist unser Saftsack. Rappi ist unser... Sorry. Drossel. Wow. Tschau. Oh, sorry. Dich hab jetzt nicht ges... Wenn du den aufkarten hattest, das wär... Gut gewesen. Ging erst zu mir. Dann merkt man, dass ich jetzt nicht bin. Du hast mich fast gleich hinbeigeschutzt. Ja. Super. Und wieder ein Tor, was auf meine Kappe geht. Nein. Du wirst nicht. Doch. Dann hätte ich halten müssen, Rappi. Kannst jetzt sagen, was du willst. In welchem Universum? Ja, stimmt. Ich kann ja sowas nicht. Nein, aber... Oh Gott. Dann hätte ich locker halten können. So wie der Netzer. Nice. Und ich hab kein Turbo. Aua. Wow. Genau. Hallo Handy. Hm. Okay. Rappi. Dann. Ah. Sorry. 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 Nein, sorry. Nee, ich wollte... Was... Achtung. Machen wir es nicht. So wirklich. Funktioniert. Scheiße. Wow. Lacker Over9000. Du fest? Puh. Rappi. Das war gerade gefährlich, gell? Und? Achso. Ist stimmt. Bei dir wäre ich aber nicht reingegangen. Deine oder meine? Deine. ği Huch der lag. interprete ich mir auch ganz schlecht. Ja ne. Weiß klarooo. Wow Anders hat ich es nicht machen können Der wäre so reingegangen Ja eben Ich konnte es nur versuchen so schnell wie möglich Ja, war klar FIFA, was? Unser nächstes Projekt FIFA, okay Damit ich noch mehr versage Das hier Nice, happy Happy will mich eigentlich nur blamieren Du fährst Ja Happy will mich blamieren, obwohl ich aufnehme Super Wow Ja jetzt ist es schon egal YOLO MARATOLO Ja genau Hat das noch reingegangen Wäre So schön So und dann Vielen Dank für's Zuschauen Und Rappi Willst du noch was sagen? Bye 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 Und tschüss Büroker der Krone, nein ich werde nicht vergessen aufzunehmen Aber ich habe wenigstens Start nicht verpasst Mit Rappi schau mit winden sonst es gab vielleicht drei folgen wo es mit den anderen zwar bin ich da noch an die besten und das war die schlechtesten da wollte schon sagen was von gut du sind doch gut gemacht gut gemacht alles geplant oder haben wir doch gerade abgesprochen vor zwei sekunden genauso 40 sekunden genauso und nicht anders ja du wirst doch jub wauw die unverdient weiter jetzt ich war das war auf jeden fall sehr verdient nicht unabsichtlich zerstört und weiter geht's ich bin so scheiße wie scheiße bin ich denn okay diese folge hat ihn zweimal rein machen können ich hätte das zweimal daneben ja und hier bin wieder rausgeholt aus dem tor der hätte schon bei mir reingehen müssen spielst du erst mal die gegner diese folge schicke ich herzchen zwei minuten 40 ungefähr ist klar wir drücken eigentlich völlig durch und treffen nicht wollen und du triffst dafür nicht wow wie lucky wieso kommt es dann soweit mit nach vorne ist doch egal ihr könnt auch dann machen du hast doch gesehen dass du nicht reingeht eigentlich dachte ich wirklich dass da reingeht ja genau ich möchte mich jetzt bitte begraben gehen ich glaube es wird nur gesund sein wenn ich dieses spiel nicht mehr spielen muss ja es ist scheißegal was war das jetzt du darfst das war gerade sowas von deinem anfänger fehler ja bin ich ja auch also darf ich das auch machen nein bist du nicht und sagst du auch dass ich ein anfänger bin nein weil du besser bist als ich und das sieht man auch nicht viel oft genug ich glaube ich gehe mich erhängen darf ich mit gehen nein du darfst sich nicht erhängen du dich auch nicht wenn ich mich nicht da hängen darf hast du auch nicht hallo auch gleiches recht für alle nur wirklich aus länder bin okay das ist lächerlich wie viel glück du fest ja jetzt ist es schon egal und wenn das heute keine absicht das ist ganz machen von der blockiert sich voll ja naja gewinns vielen dank fürs zuschauen von der letzten session rocket lager vielen dank auch ein kaputt ist dabei sein und habe ich ihn jetzt auf die suche nach einem neuen projekt gemeinsam für mittwoch vielen dank fürs zusagen und tschüss habe bis mit dem gefühl okay ja ich habe gerade bei 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 aber ich meine ich habe mehr gefühl drin und tschüss